In einer derart komplexen Situation gibt es auf beiden Seiten gute Argumente. Man kann keine Entscheidung zu aller Zufriedenheit fällen. Es ist einfach nicht möglich. Ich kann jeden enttäuschten Athleten verstehen. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen und kann jedem ohne Vorbehalt in die Augen schauen. Wir haben alle Argumente berücksichtigt und unsere Entscheidung mit bestem Gewissen getroffen. Justitia ist blind. Man kann sich nicht einfach für eine Seite entscheiden. Gerechtigkeit bedeutet, alle Argumente abzuwägen, das Gesetz zu berücksichtigen. Und das hat das IOC getan. Gerechtigkeit